So, erstmal alle Hintergrundaktivitäten am PC ausmachen. Arma 3 übrigens läuft um einiges besser als Arma 2. Gibt's das schon? Ja. Seit wann? Seit... Seit ein bisschen... Ich glaube einen Monat ungefähr. Also die Alpha läuft jetzt gerade. Ach so. Und ich hab mir das halt direkt am Release Date hab ich mir das gekauft. Die Supporter Edition für 70 Euro. Da hatte ich dann nochmal Arma X mit bei, Operation Flashpoint nochmal mit bei und... Ich war einer der ersten 2500 Leute, die es gekauft haben und deswegen ist mein Name jetzt in den Credits bei Arma 3. Ja, ja. Ja, ja, Moment. Ich bin noch was am Machen. Wir haben jetzt extra Domination angeschmissen für dich. Ja, ich sag... Warte doch mal. Ich bin gerade nach Hause gekommen. Ihr verlangt niemand direkt, der sich hier... Ja. Ja, find ich auch normal, aber... Das Leben ist hart, Alter. Das Leben ist hart. Das Leben ist kein Wunschkonzept, heißt das. Das ist wahr. Ja, hart ist es aber auch. Hart ist mein Schwanz. Mmmmm... Ja... Jetzt gerade? Komm, das ist jetzt... Das ist ein schnelles... Komm, meine... Erstens, ich mache mir Sorgen. Zweitens, das wollte keiner wissen. Oh, es wollen sehr viele. Du hast recht. Alle hören zu. Die ganze Welt hört zu. Richtig. Ich hab eigentlich so einen Livestream. Was hast du? Einen Livestream? Wie du das gesagt hast. Ja, einen Livestream. Ich habe einen Livestream. Ja, vor allem habe ich immer noch Internet für'n Arsch. Ah, auch gut. Arsch-Internet. Stinkt bestimmt ganz schön bei dir. Scheiße. Oh, jetzt kommt wieder die coole Musik, die ich so vermisst habe. Und jetzt kommt der coole Blitz. Ey, jetzt stand da noch so ein Side-Mission-Zone. Ja, sehe ich auch gerade. Habe ich auch noch nie gesehen. Ne. Mann, ey. Was ist los? Ach, Suche, warte. Und finden es wirklich nicht. Oh Gott, ey. Ey, was kannst du eigentlich? Ja, ehrlich. Scheiße, wenn du aufnimmst, müssen wir uns jetzt zivilisiert. Aber du nimmst doch jetzt nicht auf, als ich noch darüber geredet habe, wie ich... Aufnehmen-Seption ist das hier, ey. Also, das finde ich jetzt... Ich sehe das jetzt als Beleidigung. Hör auf zu flammen oder geh nach Hause. Es heißt flammen. Es heißt nicht flammen. Flammen ist was anderes. Du meinst flamen. Nein, nein. Flammen ist ja auch sowas wie... Oh, kacke. Ich mach mich ja gerade selber zum Trosseln. Das geht doch gar nicht, ey. Sheldor ist wieder online. Übertreib's nicht. Ganz ehrlich, Sheldor ist eine Legende. Nein. Was ist das? Sheldon ist eine Legende. Er ist ein Schauspieler, du Irrer. Sheldon ist ein Charakter. Kein Schauspieler. Ihr seid beide doof. Du nennst uns gerade... Du kleine, bärmische Ratte nennst du... Entschuldigung, YouTube. Aber ich kann nicht anders. Ich kann einfach nicht anders. Er fordert mich... Er fordert mich... Hört auf. Ich bin wieder da. Stopp. Hört auf. Hört auf zu reden. Ihr 27 Leute, die... Zufälligerweise auf dieses Video gestoßen seid. Ich wollte ganz sagen, so viele sind das nicht, ja. Hört mal, ich könnte dafür eigentlich Werbung auf meinem YouTube-Channel machen, weil ich habe... Bitte, hör auf, Werbung zu machen, Versager. Oh Gott, ich war mir dazu gemeint. Tut mir leid. Alter, Soko. Ich hab, äh, 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 Pfff, Suko. Wer heißt... Ähm, ähm, ähm... Weißt du, dir ist klar, dass sie diesen Moment zurückspulen werden, um nochmal den Namen zu finden. Wenn du jetzt nochmal einen Nachnamen sagst, dann hab ich den Punkt erreicht, in dem sie mich dann selbstverständlich auf verschiedenen Seiten suchen werden. Und das stimmt. Ja, bitte. Wir haben ein kleines Problem. Ja. In zehn Minuten, äh, kommen die Leute da an, wo wir hin sollen. Und die sollen nicht ankommen. Ach so, ähm, ja okay, warte mal. Ich nimm mir... Wir brauchen, äh, einen Fallschirm. Denk dran. Ja? Ja. Kann man das nicht irgendwie ausstellen? Nein, das hätten wir eben ausstellen müssen. Fuck it. Wir haben ja hier keinen M4 mit einem... Irgendwie... Stört mich das gerade ein wenig. Fuck it, ich hol den Helikopter. Dann können wir mehr mitnehmen. Alles klar. Äh, brauchen wir irgendwie Anti-Tank-Zeug? Ja, wäre besser. Hab ich, hab ich. Hast du? Ja, ich nimm eventuell noch... Was war nochmal das, was nicht mehr funktioniert? Die Javelin, oder? Okay, pass auf, dann nimm ich noch ein, äh, zwei, drei Raketen mit. Och, fecken. Was, was hast du? Hast du ne, äh, hast du ne, ähm... No, no, no... No, 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 no! Eine Maus, oder? Ne Maus, hab ich, ja. Alles klar. Oh, jetzt... Pack deine Sachen da rein, du... ...dummer Hurensohn. Hallo, das kommt ins Internet. Mach mal halblang. Ich rede grad mit mir selber. Achso, dafür habe ich eine rote Karte im Fußball bekommen. Aber wir können ja mal wieder Faluta zocken. Ja, können wir auch mal. Die Mission, die wir nie fertig bekommen haben. Ja, weil wir immer zu doof waren, ey. Und es gegenseitig immer daran gehindert haben, die fertig zu machen. Das ist so wahr. Alter, als ich den Scheiß editieren musste, ey. Ich kam aus dem Lachen nicht mehr raus. Kein Wunder, dass wir es nie geschafft haben, ey. Gab mir eine ID, ist super sehr schwer, ne. Aber ich finde, das ist reizbar. Aber wenn dann keiner mitmacht, ne, dann macht das für mich keinen Sinn. Ja, ich finde die ID ist echt heftig, also. Ja, aber hallo? Wir haben es ja normale Soldaten. Denkst du, die haben es einfacher, oder was? So, Jungs, aufsitzen. Brauchen wir jetzt ein Parachute? Nein, aufsitzen. Ich schmeiß alles in den Helikopter rein, damit ihr nichts verliert. Mach aus, bitte. Ja. Denk dran, ne, du musst hinten an das Ding ran, um ins Gear-Menü zu kommen. Soll ich noch irgendwas besonderes mitnehmen, was wir brauchen? Du sollst Gas geben, wir haben nicht viel Zeit. Brauchen wir noch was, oder nicht? Ja, wie kann ich nochmal da rangehen, ohne dass ich mich selbst umbringe? Äh, jetzt, jetzt. Hat sich aufgehört zu drehen. Du musst noch weiter hinten, noch weiter hinten, noch weiter hinten, noch weiter hinten. Auf der anderen Seite, glaube ich sogar. Äh, ja, hier, Gear. Und schmeiß alles rein, was du hast. So, gut, hopp, hopp. Ja, ich komm jetzt. Alles klar. Ich hab nur noch ne Pistole in der Hand. Ja, das ist nicht schlimm, die behältste. Ja. Oh, n Hui. Hui, Hui. N Hui. Ja, die heißen so. Jui. Jui. Oh, das sind die besten Helikopter, die es gibt, ey. Ja, und du kannst jetzt einsteigen, dann bist du der beste Kumpane, den es gibt. Oh, warte, stopp, stopp, stopp. Ich komm sofort. Moment, Moment. Ich bin sofort wieder da. Was zur Hölle? Warte, warte, warte. Auf Zug. Sargeil. So, wie viele Minuten haben wir noch? Ja, ich schätz mal so eine, vielleicht ne halbe. Ja. Und enemy units near our base. Naja, egal. Das ist Wayne. Na, wir haben weniger als 5 Minuten noch. Wo ist das denn? Lass uns mal schauen. Da kommen wir hin noch in 5 Minuten, das schaff ich. Äh, hast du ein, äh... Jetzt kommt's los. Punkt gesetzt? Nee, hast du einen Punkt gesetzt? Hast du einen Punkt? Nee. Soll ich euch mal einen Punkt da hinsetzen? Kann den jeder sehen, ne? Hab ich, hab ich, hab ich. Ich hab... Vereine sind nah an unserer Base, hallo? Ja, scheiß drauf. Okay. Darf ich mal kurz schießen? Mhm. Okay. Wow. Was war das? Wir werden beschossen. Runter, runter, runter. Airspeed off. Airspeed off. Ich muss not landen. Alles klar. Raus, 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 raus. Fuck. Boah. Ich muss meine Waffen hier rausholen. Scheiße, und ich setz mich erstmal locker. Warum hab ich 1000 Granaten? Ich hab auf Rearm aus Versehen gedrückt. Scheiße. Bitte nicht. Scheiße, ich musste mich schon healen. Ja, wer gleich noch healing braucht, den heil ich. Ich hab eine Pistole im neuen. So. So, das, das. Daki, wie kann ich nochmal... Dein Rucksack mit dem Action-Menu. Ich hatte das Coyote-Backpack. Nein. Warum liegt mein Rucksack hier? Ey, wir sind so unfähig. Es ist unglaublich. Ich hab alles, ich hab alles. Ja, und jetzt zurückschlagen. Was zur Hölle war es? Das sah nach Schilker oder schwerem MG aus. Fahrzeug? Wo? Ich meine, es gehört zu haben auf meinen 5.1 Roundsound-Lautsprechern. Es war nur ein Donner. Ich hab grad ein 20 Schuss Tracer-Magazin in meine Sig Sauer geladen. Interessant. Ey, das kam aus Richtung Südosten. Doch, ich höre auf jeden Fall ein Fahrzeug. Ja. Links. Was? Oh, leckerer Marsch. Weg hier. Was ist das? In den Wald, in den Wald, in den Wald. Oh Gott, der knallt richtig herum. Oh mein Gott, der kommt. Jungs, wir müssen weg hier. Äh, echt. Der wird beschossen, der wird beschossen. Von was denn? Von unserer Base-Dingsy, glaub ich. Komm, geh in den Hinterhalt. Geh nach oben. Ja. Der wird gleich bestimmt aufsteigen, glaube ich. Dann klatschen wir so um. Ich wusste gar nicht, dass BMPs unsere Base angreifen. Ich dachte, das ist immer nur Infanterie. Der hat schon geändert im letzten Patch, ne? Yikes. 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 Das ist ein Mörser, kann das sein? Ne. Oh Gott, runter, 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 runter. Das sind Raketen. Alter, Knopf! Wo ist der Bastard? Ich glaub, der kocht gerade, oder ist der schon down? Der kocht gerade? Ja, wenn... Das nennt man cooking off, wenn... Die ganze Munition, die er mit... Da laufen sie schon, da laufen sie schon. Kompass? Jo, ich... Kompass? 110 bis 120. Der ist gerade hier in den Hügel wieder verschwunden. Also irgendwas schießt da noch, ich weiß nicht was. Das ist ein Granatwerfer, glaub ich. Ich geh mal in den Hügel weiter und guck mal, ob das Ding tot ist. Jo, mach mal. Aber wieso schießt dieser Granatwerfer durchgehend? Ich weiß es nicht. Weil da irgendwo noch Feinde sind. Rechts, rechts, rechts! Das ist ne Schilker! Was zur Hölle ist hier los, ey? Das macht voll Fun, ne? So und nicht anders. Mitten im Krieg gelandet, ey. Ja, was denkst du denn? Wie spiel ich das auf? Du bist voll im Feindgebiet, ne? Wo du, egal, stehst, hinter dem Hügel waren welche. Ja, ich weiß. Bist du das da ganz vorn? Ja. Da ist die Schilker! Mission failure. Ist mir egal. Alla... Scheiße! Nicht getroffen! Oh mein Gott! Da ist ein T-72! sich so cool so cool die schäger ist da und jungs er hat so bei hallo wir sind verrecken gerade ja ich habe gerade auch Probleme ich schrei mal für Hilfe au 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 ach ich bin tot t or ist es auch lebt ja habe ich eigentlich erwähnt dass wir einfach nur schlecht sind ja ich will nicht ich will nicht die ganze aber über sind ich auch was war hier los wie bist du denn geflogen ich ganz normal und auf einmal gehabt hint von hinterm jerten schweres mg und schicker mich zerlegt das sehr toll so ich bin wieder da aus dem haben wir gegner bei uns in der Welt du musst noch gar nicht heilen ich probier's wo bist du ich bin neben dir da um hier fährt ein Panzer bei uns in der Basis er macht immer fertig oha machst du den grad fertig oder was geht da grad was explodiert da er knallt aber übelst was explodiert da das ist ein Togeschütz ne das ist ne Raketenbatterie das soll schon geil anfangen zu entfernen boah ich muss mal den Sound lauter stellen ich bin mal gerade am Desktop oh zu Ende naah ein Stück zu hoch boah das hört sich ja mal so mörderisch eh an kannst du dich bewegen aber ich nicht so ne Scheiße wie meinst du was nichts macht nicht heilen gar nichts wie meinst du du kannst dich nicht bewegen nein ich kann dich nicht heilen nicht heilen aber hier schwirrt eh irgendwo noch was rum ja ein Panzer ihr seid ja gar nicht so weit weg von mir also von der Base sag ich jetzt mal was ist der Bastard denn jetzt hin Daniel keinen Alleingang, ne? bleib mal ein bisschen in der Nähe BÄM, NIGGÄ BÄM, NIGGÄ BÄM, NIGGÄ Boah, jetzt boah ey, jetzt hören wir's jetzt knallen hier Feuerwerk hast du gehört? Sokut ja okay, ich komm zu euch ich war auch auf jeden Fall am Ende weg irgendetwas also ja, ich bin gleich da Ich esse in der Zeit meine Lasagne Ja, das macht man im Krieg Richtig so Wo ist eigentlich unser Fuhrpark? Haben wir nicht Autos oder sowas? Äh, äh, da fährt was Äh, Darkie, da kommt ein BMP auf dich zu Pass auf, ne? Äh, auf wie viel Grad ist Darkie? Toll Ich hab bald keine Raketen mehr, wenn das so weiter geht Ähm Jungs, sollen wir, ähm, Map-Restart machen? Warum? Können wir einfach Restart machen, ohne, also wir, noch ist nix vorbei Außer für Darkie, der ist einfach tot Ne? Doch, du bist schon einmal gestorben Ja, aber warte mal Ne, komm jetzt Ich krall mir jetzt noch ein BMP, bevor wir neu starten Ne, ich will jetzt nicht mehr neu starten, ja, ich lasse voll von den Dauern Bäm, Nigger So, jetzt hol uns ab hier Ja, ich bin dabei Hier ist die kaputte Schilka Seid ihr hier, seht ihr mich? Ja So siehst du aus, ey Luftakrobatik hier, ey Komm näher, komm näher, ich kann nicht so weit kriechen Wo bist du denn? Äh, auf Nordwesten Nordwestlich Osten Nordöstlich Nord Ja Von deinem Gesichtspunkt aus Ich seh euch nicht Bist du bescheuert? Links, 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 links Geradeaus, 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 geradeaus So, cool, heut noch So, und jetzt steigt er Ja, zack, auf einmal ist er drin Ja, kacke Horst, ey Schlecht gelaufen Das war ja mal richtig fail Mhm Ja, kacke Horst Ja, kacke Horst Ja, kacke Horst Miss nicht miser